Die Hollywood News im Gala Ticker So heißt die Tochter von Nick Jonas und Priyanka Chopra plus 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 Katy Perry verrät, ob sie für ein zweites Baby bereit ist plus 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 Mr. Emers. Smith Dreh Fast wären Angelina Jolie und Brad Pitt kein Paar geworden. Hollywood News 2022 im Gala Ticker 21. April 2022 Nick Jonas und Priyanka Chopra Auf diesen süßen Namen hört ihre Tochter. Am 21. Januar 2022 überraschten Priyanka Chopra, 38, und Nick Jonas, 29, mit Baby News. Wir sind überglücklich, bestätigen zu können, dass wir ein Baby durch eine Leihmutter bekommen haben. Verkündete das Paar via Instagram. Auf weitere Details wie den Namen oder erste Bilder des kleinen Mädchens warteten Fans bisher vergeblich. Nun jedoch scheint zumindest ein gut gehütetes Geheimnis ans Licht zu kommen. Wie ihr News berichtet, hört die Tochter der Schauspielerin und des Sängers auf den wunderschönen Namen Malti Marie Chopra Jonas. 20. April 2022 Katy Perry Ist sie etwa schon bereit für Baby Nummer 2? Im August 2020 sind Katy Perry, 37, und Orlando Bloom, 45, Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden, Töchterchen Daisy, 1. Punkt. Seitdem genießen sie das Familienglück. Außerdem läuft die Karriere der Sängerin auf Hochtouren. Derzeit sitzt sie nicht nur wieder bei American Idol, der US-Version von Deutschland sucht den Superstar, hinterm Jurypult, sondern steht seit Dezember vergangenen Jahres mit ihrer Konzertreihe Play in Las Vegas auf der Bühne. Denkt sie zurzeit also an ein zweites Kind, im Gespräch mit E. News findet die Musikerin klare Worte. Ich bin in Vegas, und ich kann diese Show nicht mit irgendetwas in meinem Bauch machen, sagt sie und fügt lachend hinzu. Besonders nicht mit einem Menschen. Die Familienplanung scheint demnach erst einmal auf Eis zu liegen. Aber die 37-Jährige verrät stolz, dass Daisy inzwischen laufen und ich liebe dich sagen könne. Wie niedlich. Angelina Jolie plus Brad Pitt Warum es zu ihrer Liebe fast nicht gekommen wäre. Angelina Jolie, 46, und Brad Pitt, 58, lernten sich 2005 bei den Dreharbeiten von Mr. Emers. Smith kennen. Wenige Monate später trennten sich Pitt und seine damalige Ehefrau Jennifer Aniston, 53. Darauf folgte die Brangelina-Ära. WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021